ich habe mein eines meiner lieblingsbücher wie alle bücher die ich vorstelle sind irgendwie bücher die ich mag aber ein ganz besonderes ist das buch einfach sen einfach sen von joko beck das war eine amerikanische sen lehrerin es gibt noch ein anderes sen im alltag sehr empfehlenswert eine sehr gute bett lektüre so kann man immer mal absatz lesen und sie bringt ganz unverblümend und ein bisschen humor und eindeutigkeit die sachen irgendwie auf den punkt ein absatz möchte ich mal lesen wo es um techniken geht und um absichten das ziemlich weit hinten in dem buch und sie schreibt also es geht um den sen weg klar alle techniken sind nützlich und alle sind begrenzt welche techniken wir auch bei der meditation anwenden sie wird uns eine weile dienen solange wir nicht anfangen sie gar nicht richtig anzuwenden oder mit ihr ins träumen zu kommen so ist bei jeder technik das entscheidende unsere absicht wir müssen die absicht haben präsent und gewahrt zu sein und wirklich zu üben und niemand hat diese absicht wirklich die ganze zeit wir haben sie immer wieder einmal wir wollen einen lehrer finden der sich für uns um all diese dinge kümmert wir wollen alle gerettet und umsorgt werden die absicht wirklich zu üben ist das aller wichtigste keine technik wird uns zu retten kein lehrer wird uns retten kein sen zentrum oder tempel wird uns retten es gibt überhaupt nichts das uns retten wird das ist der härteste schlag für uns unser leben voller dramatik zu einem leben ohne drama werden zu lassen bedeutet ein leben in dem wir unaufhörlich suchen analysieren hoffen träumen zu einem leben werden zu lassen indem wir das leben selbst wie es ist einfach wahrnehmen in diesem augenblick hier der schlüssel dafür ist gewahr sein wahrnehmen des schmerzes wie er ist paradoxerweise bedeutet das freude es gibt keine andere freude auf der welt als diese diese art des übens hat eine vernichtende wirkung sie wird uns unser drama nehmen wir sind alle verschieden und wir werden verschieden bleiben doch das drama ist nicht verschieden und das drama ist nicht wirklich es ist das was uns an einem sinnvollen leben voller liebe für die anderen hindert also sie schreibt es gibt ja zahlreiche methoden und die absichtlich ist entscheidend ich habe so während der send ausbildung auch verschiedene praktiken gesucht und ausprobiert von tibetischer praxis irgendwann später nach jahren der intensiven send praxis wo man sich wirklich so ja niederwerfen muss du machst so wirklich du breitest dich aus und machst jeden tag mindestens 20 niederwerfungen du kannst mantren machen du kannst stundenlang im sasen sitzen und tagelang zum session gehen alles wichtig und richtig ja aber wenn wir genau hingucken hinter allen motivationen die wir so haben hoffen wir uns doch dass diese dinge uns irgendwo hinbringen uns irgendwie glücklich machen und der einzige sinn von spirituelle praxis und allen komplizierten dingen von erschaffen von mandalas von koans von ähm keine ahnung körperübungen besteht eigentlich darin indem wir irgendwann merken dass wir den dingen die wir da machen einen ganz tiefen sinn geben wir stülpen dieser praxis genauso ein bild drüber wie wir unserem normalen leben mit allen möglichen facetten und sehnsüchten ein ein ergebnis rüber stülpen und der kunstgriff ist dabei mit jemanden oder mit leuten in verbindung zu treten die zwar auch schon diese äh praktiken vollzogen haben aber irgendwann die sinnlosigkeit dessen einsehen jetzt könnte man wieder sagen ja das bedeutet ja wieder ich verlagere mich dann auf einen lehrer oder auf eine sanga auf eine gruppe von leuten und versuche darin man heil zu finden ja es geht nicht darum in nihilismus zu fallen und an gar nichts mehr zu glauben sondern schon hinter den dingen die man da macht ähm eine ein vertrauen äh zu spüren vielleicht erst mal zu schmecken äh ein vertrauen dass du natürlich in irgendeiner weise äh äh vorschießen musst ja ja deswegen wer ist immer auch die empfehlung dabei guck dir menschen an die diesen weg vielleicht oder diesen art diese art der praxis schon lange gehen vor allen dingen die die sich lehrer nennen ja oder meister so also das beste was ein meister machen kann ist sich möglichst viele schüler vom hals zu halten äh die trotzdem vielleicht auch um ihn sich gesammelt haben äh man verbrennt sich da glaube ich als jemand der in der tätigkeit steht leicht den mund aber für mich ist es immer ähm wenn menschen kommen die mit mir zu tun haben möchten methodisch ähm eine sehr große herausforderung eine sehr große würde auch dass ich dann mit den menschen die da kommen zusammen wachsen kann ähm denn der schüler für den ist es sehr leicht sich zu emanzipieren und zu merken es geht irgendwann nur noch um ihn für den meister ist es noch viel viel schwieriger sich zu emanzipieren oder für jemanden der in leertätigkeit ähm sich befindet ähm denn als lehrer zu glauben dass du irgendetwas zu geben hast ist viel viel ähm es ist viel viel schwieriger diesen glauben loszulassen als jemand der kommt und denkt es gibt was zu holen also es gibt für alle die in irgendeiner weise ganz konkret diesen praxisweg des zen gehen viel zu lernen unendlich viel zu lernen und was am ende bleibt ist immer nur der augenblick im hier und jetzt ja dass es keine ähm methode gibt ähm keine menschen keine umstände die in irgendeiner weise irgendwann zu irgendeinem zeitpunkt an irgendeinem ort zur zufriedenheit beitragen sondern dass alles so wie es jetzt ist schon eigentlich verwirklichung dieses friedens ist mag es sich auch noch so beschissen anfühlen das ist wirklich die wahrheit und das ist eine wahrheit in der ähm der ich den rest meines lebens hoffentlich auf den grund gehen möchte in diesem sinne bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.